Hi, ich bin Peter und ich möchte euch heute Atomics brandneue Kollektion an oversized und frisky inspirierten Skibrillen der Saver Kollektion vorstellen. Wir bieten unsere Saver Brillen Kollektion in einer großen Auswahl von Farben für Damen und Herren an. Zudem gibt es drei Performance Levels und beim Top of the Line Preispunkt ist die Wechselscheibe bereits mit integriert. Unabhängig vom Preispunkt der ausgewählten Saver Brille gibt es bei einer Sache bei uns keinen Kompromiss und das ist die Passform. Jede unserer Saver Brillen ist mit LifeFit ausgestattet. LifeFit ist ein Zusammenspiel aus Rahmen und Schaum. Die y-förmigen Ausschnitte im Rahmen und der spezielle Memory-Schaum erlauben eine perfekte individuelle Anpassung an jede Gesichtsform. Die Form des Brillenrahmens und die sogenannten Outlegers an der Seite sorgen für eine perfekte, nahtlose Passform zwischen Helm und Brille. Die zylindrische Doppelscheibe aus Polycarbonat sorgt für klaren Durchblick. Die Form des Rahmens in Verbindung mit der Scheibe für ein perfektes, großes Sichtfeld. Zudem sind unsere Brillen in vielen unterschiedlichen Scheibenfarben erhältlich.